Gehen wir mal zurück zu unserer Base Wo ist denn der? Aber lol wie bist denn du plötzlich vor mir Hey der ausgeblitzt ist vor mir, guck der ist vor mir Er ist in unserer Base fast Hey und herzlich willkommen zur 10. Folge von Minecraft Bookner Heute werden wir in der Nether noch ein bisschen farmen und leveln und craften Das ist schon so, schaut da mal der Plan aus Der Plan, ja Joinen in 3, 2, 1 Jetzt Joa, dass heute werden auch Joinen das ist schon sehr wahrscheinlich, ehrlich gesagt Hast du noch ein Ambus? Ja, das Ja, tun wir alles einig was zum Verzauern ist Bitte 3 Büffeln Warte, ich mach mal Harte Kiste dazu Ah, ich hab ein Ambus Ich hab den grad zugreifen Und Ich mach ein Schultapie, gell Weil wir werden da glaube ich gleich ein paar Items noch an den Wien lassen Joa, muss passen die Beschriftung Ja Ähm Also wie viele Bücher haben wir noch? Wir haben 8 Bücher, dann gehts jetzt gar nicht ausgucke Mit den Warum 8 Bücher? Wie viele haben? Ja, mit 3 Bücheregale brauchen wir 9 Dann bauen wir alle frei Ja, damit wir eine 50%ige Chance auf Ding haben Hm, was passiert mit 2? Wie mit 2? Ja mit 2 weiß ich nicht Geht's denn gar nicht, du hast nur 40% oder 30% Boah, weiß ich nicht Wir müssen 30% sein Ich weiß es grad nicht Boah, ich hab jetzt Ähm Bei mir wär noch Protection Buch cool Oh Aber was mach ich? Pischen sie Ja, wie machen wir jetzt mit den 8 Büchern Jetzt Waffe ich noch was Hm Boah, warte, dann mach ich du noch ein bisschen. Wie viel Brot Birka würdest du noch brauchen? Ja, eins. Ah ja, und dann halt noch mehr. Also eins und dann halt noch mehr. Ja, zum Verzauern dann. Für ja Protection und so. Wir probieren was dann. Ja, drei, vier, komm doch an. Ich bin grad neben dir fast. Ich fahre mal Zucker. Hey, dann join doch noch. Ja, dass sie heute wäre nachgejoint, das ist schon sehr wahrscheinlich ehrlich gesagt. Sneak nochmal. Ich muss noch nie gehen. Ja, wie machen wir das jetzt, dass wir die Bücher bestellen? Ja, Flameding. Wär schon gut, ja, aber das schaffen wir jetzt noch, weiß ich nicht. Ja, das passt ja, wo es 50% sind. Cool, ja. Ja, wir könnten ja zwei machen und versuchen, dass es geht. Ja, das meine ich. Ja, machen wir das. Aber ich muss halt noch ein paar Bücher für ein Ding verwenden. Für, äh, für Brot Action. Brot Action. Alter, ich komm grad gar nicht klar, ich find grad keinen Quarz. Wir machen mal ein paar oder drei Punkten, gell? Ja, ich hab auch schon einen in den da. So, okay. Ich hoffe, ich find zurück. Okay, ich weiß nicht, ob das gerade eine gescheite Idee ist, was ich mach. Von den Eisenschwertern her haben wir echt noch. Ja, okay, dann mach ich gleich zwei Bücherregale. Ich muss nur noch einmal kurz zurückfinden. Okay, das war nicht die gescheiteste Idee, sie durch den Berg durchzubauen. Hey, das ist irgendwie echt dumm. Ich bin da, ich wollte mich eigentlich zurückbauen und hab mir gedacht, ich komm gerne an. Und find vielleicht Quarz, wenn der es nicht wieder durchbaut. Aber bis jetzt war das die dümmste Idee, was man so haben kann. Ja, ich bin zwar schon wieder irgendwo draußen. Aber in genau genommen bin ich irgendwo. Ja, wir sind ja irgendwo neben einer Festung, oder? Den favourite member! Mh, wirst du Quarz wissen aus? Nein, ich glaube, ich hab gerade so gefunden. Hey, der ist in Jahn im Buch steht oder irgendwo. Ich hab mich gerade umgestellten für die Bücherregale. Ach so! Ja, was zu rebound am Muro, hä? Okay. Oh, mir hat der Fight geschrieben, Mangs. Ich hab auch der Fight, Mö, wahrscheinlich. Ja wir müssen eh aufpassen, am besten kommst du mal zu mir und holst den paar Gaps drauf. Barty gib dir mal die Hände. Barty bau dir jetzt mal da her, gell? Ja geht, eigentlich so. Arm, ich versuche mal, der Beste ist da. Nix. Ich habe jetzt noch zwei Bücher, geil wäre natürlich Protection. Äh, kein Lapis, 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 Lapis. Oh, was mache ich? Guck, wie schaffst du ein Protection Buch zu machen? Hm, okay. Ja warte, ich gebe die zwei Bücher. Schaden ist noch gut. Smite? Smite ist aber nicht Feuerl, ja? Nein. Oh, oh. Nein, keiner. Dann gib es mir mal wieder. Protection, nice. Ja, was machen wir mit unserem letzten Bier? Ja, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt genau noch. Einmal ist Protection drin in Alex, hast du das? Nein. Ja. Ja, dann gib mir das letzte Bier, wenn ich Protection drauf habe. Aber wie tun wir? Nein, ich kriege keine Protection drauf. Warte, überwie? Ja, dann versuche ich es uns. Ja, warte, wie hause ich da? Ja. Lord, mein Lapis ist aber nicht geschmissen. Ja, das ist ja gut. Oh, das haben wir da als Witze. Nein, es gibt noch einen Schwer... 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 Wow, da mal wirklich schärfe jetzt. Ja, von den Levels geht es nix mehr aus bei mir. Gehen wir mal kurz Levels farmen, gell? Ja, ich bin mir ganz gut. Ja, was machen wir jetzt überhaupt? Was wollen wir jetzt eigentlich noch machen? Aber der ruft nicht ohne Brustblattnummer, du? Ne, er macht das nix mit Kraftkanal. Mario Respekt. So, ich hab jetzt eine Protection, drei Brustblattnummer. Hast du? Ja. Okay, das ist cool. Aber was wollen wir jetzt noch machen? Guck ich? Ja, wir könnten... Ja, wir könnten nochmal die Oberfläche und dann kurz Zucker versuchten, gell? Ja... Ja... Von Spawn, was sicher eine coole Idee nicht ist. Ja, der will fighten, ist das eine coole Idee oder ist das eine uncoole Idee? Ja, könntest du dann... Rauchst du was wegwippen? Oh, ich weiß sie gerade nicht mehr, leider. Das Kieren könnten wir schon. Ja, witzig war das schon. Ja, da hat man feinen Kontakt gehabt und da war das okay. Ja, machen wir das? Ja, machen wir gleich, oder? Das wird ja noch besser. Ja, okay, passt. Ja, wir müssten dann wieder Zucker untersuchen, gell? Dann wäre es nicht schlecht, wenn wir weit, weit, weit weg suchen. Ja, warte, gehen wir mal zurück zu unserer Base. Wo ist denn der? Aber lol, wie bist denn du plötzlich vor mir? Hey, der ausgeblitzt ist vor mir! Guck ich, der ist vor mir! Er ist in unserer Base fast! Warte mal! Lava Kübel rein, Wasser ist wichtig, Wasser kann man jetzt setzen, gell? Ich kann Lava Kübel mehr, wo ist mein Lava Kübel? Warte mal! Guck ich, bist du neben mir! Er hat einen Verzauber-Stable ab, oder? Ja! Ja, jetzt müssen wir einen Fight machen, Alex. Für Normal-Tigles-Farmen geht es noch. Nein! Ja, warte mal! Ich lagere meinen Blades hinein. Brauche ich irgendwas noch? Wir können noch... Flinthammer kannst, also können wir keine... Ja, das passt so, wie wir... Wie wir gequiptet sind. Nur halt die Ender schmören so nach unten hinein. Ich habe halt keinen Lava Kübel rein, okay? Ja... Ich habe zwei da, also dann... Du hast den da drüber eingestraft. Ja, komm, gehen wir's an! Ich habe einen Kappen, aber ich meine. Siehst du ihn gut? Ja... Ja, es ist an der anderen Seite, wie das ich sehe. Boah, ist ein bisschen gefährlich da. Ja, weißt du, wenn wir einen Segen instant... Bogen drauf oder... da ist er gut, aufschießen gucki Alter, ich hab dir jetzt nicht aufgeflogen hast du ihn gewusst? nein warte mal, bauen wir uns da weg auf gucki ja mach 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 wo ist er? aber wo da oben ist auch nicht so gell ok, ich weiß nicht wo er ist, ich tu mir Essen wieder rein hey, wo ist mein Essen hin? gucki was du mir essen hast du schon er war da vorne oben mhm ach du lass den Ding die ersten sind aggressiv warum gehst du die anderen? ich komm rauf zu mir die sind aggressiv, gucki die wieder er war da oben ja der kann heute schon überall sein warst du wohin gelangen und zeigen kann? ja ja der hat sich fix zubaut mit deiner Ray der ist hier Origana ja bist du Orig? ich bin Orig ja ich bin Orig ja ist nicht da hey Walter, der hat mir wieder ein Gift gegeben nice ich verliere kein Leben eigentlich aber du hast ihn nicht drauf mit dem Bogen? nein, ich hab ihn nicht drauf mit dem Bogen nein, ich hab ihn nicht drauf mit dem Bogen ich leider auch nicht da es wäre zu, schein wäre es noch lange vom Bogen warte, gucki kommen können wir mal mit ich glaube, da vorne links wird er sein siehst du irgendwas denn da oben? siehst du da vorne links und weiter hm? siehst du da vorne links und weiter siehst du da vorne links und weiter ja, aber ich glaube trotzdem, dass er da irgendwas sein will weißt du das? weißt du das? das war ich, glaube ich ich glaube ich glaube ja, genau wissen hey, weißt du wo er ist? weißt du gerade so? na hey, pass auf der ist ganz in der Nähe jetzt hab ich es hin rechts da, glaube ich warte, das ist gefährlich hier lol, wo ist der? das gefällt mir irgendwie voll Gas gerade das ist richtig der ist wahrscheinlich eher ober uns weil er hat sich wahrscheinlich oben irgendwo um und umgegraben hey, guck, ich warte mal bauen wir kurz nichts ab ja, mein wieder ich bin mir grad nicht sicher ob ich die abbauen hier oder einen doppelt abbauen hier gucke ich wenn ich so weitermache ob ich flinke aus hier ja, rechts zusammen, zusammen, zusammen ich bin mir ja warte, das Geräusch kann jetzt nicht weg gewesen sein gern wir nochmal zurück komm her da hey, da ist der, da ist der Kugel, hilf mir er hat Feuer schwert er hat Feuer schwert dort ist'n gert hey alter, Kugel, woher noch zwei jetzt? sorry, ist der schon aktiv? weiß ich nicht ich bin hin, bin hin krass also er gibt dann wohl da Skalent gucky, hilf mir, hilf mir wahlstherz rein weg, oder? schaffst du's noch? wo? der kann ich kein Leben mehr haben wirst du verarschen ich werde fliegen in fünf Sekunden, gucky ich weiß nicht, als war fein du kriegst es nicht oh, wir sind ausgekickt worden ja, fein sagst du, das gab ich nur alter Schwede ich hab Bescheid und warum ist der nicht draufgegangen? das wundert mich auch kurzzeitig eben gedacht, kurzzeitig ich hab mich schon dann hab ich noch zwei Herzen gehabt da hab ich gedacht, ich iss lieber und lass die wieder vor alter Schwede warum kann der nicht draufgegangen sein? und am Anfang hab ich grad gar nicht checkt, ob du es bist oder er ja, und da hat er mich schon ja, es ist echt verwirrend wenn ich dir am Teile alter, da hat er mich Hits gegeben und mit dem Feuer hat er mich so ich hab nur gappen können die ganze Zeit das Feuer ist echt OP alter Schwede aber jetzt haben wir nur Zeit zum Feier mal alter, ich hab nur noch zwei Gaps oder so gebißt euch Alter, ich bin noch bang ich hab nur zwei Herzen gehabt ich hab nur zwei Herzen gehabt ich hab auch immer Horace Herz das gab wirklich ah ja geil danke fürs Zuschauen wenn ich diese Runde geil fallen hab dann gebt einen Daumen nach oben vergesst nicht zu abonnieren falls du nichts mehr verpassen wollt bis zum nächsten Mal tschüss tschau ruft 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 Schox